Wie ihr schon mitbekommen habt, ist diese Versammlung jetzt angemeldet und damit legal. Das heißt, ihr dürft auch Zeichen eures Protestes mitführen. Was natürlich ist, wir haben Auflagen bekommen. Da sind die Abstände eingehalten werden. Ich denke, das bekommen wir hin. Wir kennen uns gut in Hygieneregeln aus. Und wir dürfen leider nur die Fußwege benutzen, also keine Straßen. Die Polizei wird uns friedlich begleiten. Was mir noch ganz wichtig ist, wir sind friedlich. Wir haben keinen Platz für Extremisten und wir haben auch keinen Platz für Hass in unseren Reihen. Wenn ihr derartiges feststellt in unseren Reihen, könnt ihr gern zur Polizei zu diesem Wagen gehen und euch und diese Leute anzeigen und sie werden aus unseren Reihen entfernt. Die Polizei wird uns angst, ja. Wir dürfen jetzt diese Idee auch noch nicht ganz wichtig. Wir brauchen das Schicksal. Das ist Schicksal. Wir brauchen das 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 Schicksal. Amen. 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 Amen.